Was haben ein HiFi-Hersteller und Kellner gemeinsam? Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Ich habe vor einiger Zeit ein Video aufgenommen, wo es um neutralen Klang ging. Und in diesem Video habe ich meine Meinung kundgetan, dergestalt, dass ich sage, ich will mich mit dem, was ich mache an Geräten, klanglich so weit zurückhalten, dass halt eben kein besonderes Gewürz vorschmeckt, dass es nicht so etwas gibt wie eine Klangsignatur, jetzt mal abgesehen davon, dass ich daran erkannt werden möchte an meinen Geräten, dass die halt besonders transparent und besonders unaufgeregt und neutral ihren Job machen und für Vergnügen sorgen. Und diese Geschichte, diese Gewürzanalogie hat bei einigen für, ich sage mal, Irritation gesorgt. Und da gab es eine Bemerkung wie, ja, aber man muss doch irgendwie ein bisschen gewurzen, wenn man nicht würzt, ist doch alles irgendwie fade und so weiter. Oder es gibt ja auch bestimmte Küchen, die tun sich ja vor durch bestimmte Gewürze. Und deshalb gibt es ja auch Menschen, die mögen, weiß nicht, die britische oder die mexikanische oder irgendeine andere Küche nicht. Und deshalb stehen die halt eben dann eher auf, weiß ich, deutsche Küche oder französische Küche. Das liegt halt an den Gewürzen. Und diese Analogie mit diesem Lieblingsgewürz, die ich da gebracht habe, hat, ja, das habe ich dann irgendwann erkannt, letztendlich an einer Stelle wirklich gehinkt. Und zwar ist es so, ich habe praktisch dem Koch letztendlich abgesprochen, kreativ zu sein. Und nicht kreativ zu sein, sondern ich habe dem Koch gesagt, ja, also pass auf, wenn du da deine Gewürze dran tust, dann ist das letztendlich eine Verfälschung. Und damit habe ich auch den Produktionsprozess irgendwie, ja, nicht wirklich einwandfrei abgebildet. Und einer der Kommentare hat dann ein Bild gebracht, was, wie ich finde, letztendlich das Ganze nochmal besser klar macht. Stellen wir uns mal vor, wir haben ein Studio und wir haben eine Küche. Und in beiden Stellen wird eben was produziert. In der Küche wird ein Essen produziert mit allen Gewürzen, die dazugehören, was auch immer das ist und was auch immer dem Koch gerade einfällt. Und im Studio wird halt ein Stück Musik oder ein Album, was auch immer, produziert. Und die beteiligten Musiker geben sich alle Mühe und die Tonleute auch. Und es kommt hinterher irgendwas raus, was mit dem Geschmack von allen übereinstimmt und wo alle ganz glücklichen Haken dran machen. Und an der Stelle gehe ich mal wieder zurück in die Küche. Und da ist dann die Frage, ja, was, wie kommt das Gericht dann letztendlich beim Gast an, bei demjenigen, der das Ganze genießen soll. Und da sehe ich mich inzwischen, um bei diesem übertragenen Bild zu bleiben, als HiFi-Hersteller oder Hersteller von Audio-Elektronik sozusagen eher in der Rolle des Kellners. Jemand, der ein fertiges Gericht einfach nur dem Gast präsentiert und ihm damit eine Freude bereitet. Und als jemand, der nicht dann noch zu seiner Ketchupflasche greift oder ungefragt zur Pfeffermühle, unabhängig davon, was der Koch da gerade an Gewürzen gezaubert hat, und einfach dem Gast mal so drei, vier Drehungen Pfeffer mit drauf tut. Das heißt, das Gericht, so wie es ist, egal von welcher Küche, hat natürlich seine Berechtigung und die Gäste kommen in das jeweilige Restaurant, um die Gerichte so zu genießen, wie sie aus dieser Küche kommen, weil das ihre persönlichen Vorlieben sind. Und der Kellner ist dann derjenige, der nur die Aufgabe hat, dieses Gericht unbeschadet, auch mit seinen Aromen natürlich und seinen Geschmacksrichtungen, zum Gast zu bringen. Und der dem Gast nicht einfach ungefragt irgendwie noch zusätzliche Gewürze drauf tut oder halt eben welche Gewürzsoße auch immer oder halt eben Pfeffer und so weiter. Und ich denke, diese Analogie Hi-Fi-Hersteller oder Elektronik-Hersteller in der Wiedergabekette wohlgemerkt, in der Hi-Fi-Kette als Kellner, passt letztendlich besser als die Sache mit dem Chefkoch. Ihr könnt mir gerne mal drunter schreiben, wie ihr das so seht und was ihr dazu meint. Ja, ansonsten natürlich danke, dass ihr da seid, überhaupt keine Frage. Ich freue mich da wirklich drüber. Wir haben inzwischen fast 1200 Abonnenten erreicht. Das finde ich für so einen kleinen Kanal, wir meinen, schon einen wirklich richtig großen Erfolg. Und ja, lasst ein Abo da mit Glocke, damit ihr keine Beiträge verpasst. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, wir haben im nächsten Beitrag, eine Woche später, ja, echt was Schönes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.